Hi, ich bin Marcel und in dem Video zeige ich euch meinen zum Motor-Van umgebauten VW T5. Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Ich habe mir den VW Bus 2018 gekauft, habe jetzt mit mehreren Umbauversionen knapp drei Jahre in den Umbau investiert, so wie er jetzt dasteht. Für mich wichtig bei dem Auto war, dass es links und rechts die Schiebetür hat, was das Ein- und Ausladen vom Bike um einiges erleichtert. Und dass er die Heckklappe hat, wodurch man am Auszug dann unten wie viel chillen, kochen kann, whatever. Und das ist einiges, was das Ein- und Ausladen vom Bike um einiges erleichtert. Und das ist einiges, was das Ein- und Ausladen vom Bike um einiges erleichtert. Und das ist einiges, was das Ein- und Ausladen vom Bike um einiges erleichtert. Und das ist einiges, was das Ein- und Ausladen vom Bike um einiges erleichtert. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.